so den werden wir auf jeden fall den tyson richtig drauf ballern und dann geht er ab wie die hölle da kann er sich immer mit die da wie abwechseln ja barbara wollten wir quatsch barbara sag ich schon wir wollten gustavo mal gucken mit chemie style freunde willkommen bei einer neuen folge von fifa 17 ultimate team heute zum jubiläum zur 30 folge werden wir mal kurz auf den transfermarkt ein paar blicke riskieren wir haben biabiani verkauft für 1000 deswegen hatte ich auch glaube ich in den letzten folgen ein paar münzen mehr die alle anderen herren haben wir nicht verkauft die werden wir natürlich alle nochmal anbieten trapp wollte ich auch gern für 1200 verkaufen keiner will ihn so lange wir werden mal den rest wieder auf den transfermarkt schmeißen was ich heute in dieser folge gucken wollte ist definitiv das nach wir nach ein paar spielern gucken und zwar tyson würde ich gerne mal mit chemie style schießen ich bin mal gespannt wie viel der überhaupt kostet weil ich habe gar keine ahnung da ist der 81er schon beispiel und dann gucken wir mal was der so überhaupt mit chemie style kostet der ist nämlich alles hier basis hier ist einmal maestro 34 es ist mir kommt mir ein bisschen zu hoch ehrlich gesagt dribbeln schießen passen ja maestro klingt bei jesto maestro hat er ja auch der die da wie bei uns im team wie ich in der letzten folge festgestellt hatte wir werden aber nochmal gucken ob wir vielleicht maestro ich glaube ich habe sogar noch ein paar chemie style hier zum beispiel einmal katalyst sniper als hunter werde glaube ich ganz ganz gut 27 kommen wir allerdings ein bisschen zu hoch vor bei nur acht verträgen auch noch sondern haben wir hier noch mal sniper 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 engine einmal der muss auf jeden fall noch mehr schießen haben und vielleicht noch mal tempo architekt ist für mich total absurd um den als architekt rein haben so hier ist auch noch mal gar nichts scheint also wir haben doch glaube ich noch ein chemie style gucken wir mal eben kurz drauf die mannschaft heute wie gesagt kein spiel wir werden versuchen mal teils und ich habe ich meine ich habe noch mal ein chemie style ich bin mir allerdings nicht sicher was für ein verbrauchsobjekt anwenden und dann gucken wir mal da haben wir noch mal drei chemie style übrig max man das bringt dribbeln schießen und physis der ist so schnell ich glaube er braucht kein physis der bäuchte er so tempo und schießen und vielleicht dribbeln Ja den will ich jetzt also nicht drauf machen wir können mal vielleicht noch gucken nach diesem chemie style ehrlich gesagt ich weiß gar nicht was die so kosten Ähm dann brauchen wir mal verbrauchsobjekte chemie styles und dann werden wir mal auf den markt gucken so hawk ist ja unfassbar teuer ständig ständig also die sind meistens immer unbezahlbar was eigentlich auch gut ist obwohl physis braucht er eigentlich gar nicht finde ich wir bräuchten ich weiß gar nicht wie der physis style heißt tempo schießen physis nein dribbeln schießen ja sniper Tempo bräuchte der eigentlich auch noch mal er ist schon gut er hat schon 90 tempo ich glaube den schießen wir mal sniper Gucken nur mal kurz schnell ob der vielleicht irgendwo noch günstiger ist nicht dass wir da 500 münzen ausgeben Guck mal hier den gibt es sogar für 400 teilweise Dann schließen wir tun wir mal den sniper drüber und dann wird er richtig ein schuss monster Da wird er sehr sehr viel rein machen hier zum beispiel 350 Aktuelles gebot gibt es dann noch vielleicht ein bisschen was günstigeres nein das alles hier deutlich teurer Das ist das letzte was ausläuft dann haben wir hier 550 Nein moment hier müssen wir hin 500 500 450 hier Guck mal wir können sogar sofort kauf 500 Können wir doch hier 400 bieten und 100 sparen Ne? Joa Joa Die können wir dem auf jeden fall geben eine minute müssen wir noch warten Ansonsten Ähm Bräuchte ich nochmal Na ich könnte mir gar nicht die spiele alle leisten Aber wir können mal vielleicht barba gucken Mit chemiestyle Vielleicht finden wir den ja Gefällt mir nämlich sehr sehr gut Der braucht aber sowas wie Anchoa oder sowas Muss man mal genau gucken Ob den überhaupt einer mal Verkauft Den barba Sollte aber schon unter 2000 bleiben Weil hier Sieht es sehr schlecht aus im Moment Der ist nur als Basis Hm Vielleicht gucken wir mal nach Gustavo Gustavo der Louis 83er ist der Wow Moment mal Wir gucken kurz nach dem Chemiestyle Ob wir den noch steigert haben Wie es bieten Den müssten wir eigentlich jetzt haben Nice Da haben wir hier nochmal einen Vertrag Für 800 Haben wir den gekauft Ey 800 Münzen Müsst ihr euch mal vorstellen Ich kann mich noch an Zeiten erinnern Wo ich 800 Münzen für Ne 1000 Münzen für Neu 90er Vertrag Bezahlt habe Das ist irgendwie Total verrückt Also Wow Das ist schon krass So den habe ich eigentlich auch Zugewiesen Aber der ist noch verarbeitet Ah Deswegen funktioniert es nicht Weil er noch verarbeitet wird Na komm schon Come on Come on Come on Come on Come on Warum braucht er so lang Ja jetzt geht es So Den werden wir auf jeden Fall den Tyson richtig drauf ballern Und dann geht er ab wie die Hölle Das sage ich euch Dann kann er sich immer mit die Davi abwechseln Ja Baba wollten wir Ne Quatsch Baba sage ich schon Wir wollten Gustavo mal gucken Mit Chemiestyle Gucken wir mal ob es den Guardian 99 Verträge Boah 30.000 Die bekloppt oder was Niemals ist er das wert Ich finde zwischen 3.000 und 5.000 Kann man mal für den ausgeben Aber eher nicht Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt Was wir für Spieler kaufen sollen Schreibt es in die Kommentare Und ich werde erstmal den Tyson Schön in einen Chemiestyle verpassen Und dann werden wir den Chemiestyle In der nächsten Folge Mal ordentlich durchchecken Der kriegt erstmal fett Verträge von mir Der passt zwar nicht in die Bundesliga Aber der ist so ein knaller Spieler Der wird wahrscheinlich noch lange bei uns spielen So und dann gucken wir jetzt Dass wir den richtigen Chemiestyle Dribbeln und schießen Ja Dribbeln und schießen Physis So Dann machen wir das mal Gucken wir mal Der hat jetzt 90 Dribbeln und 85 Also der ist schon stark Der müsste wahrscheinlich 900 Schießen Kriegen oder so Ich weiß es nicht Den werden wir auf jeden Fall jetzt einwechseln Damit wir in der nächsten Folge Direkt mal mit Tyson loslegen können Dann werden wir schon mal Den Bänder einwechseln Und den Hermann auf rechts Und den Pflugskanon Wir eigentlich auch wieder bringen Der hat auch wieder 97 Fitness Links müssen wir ein bisschen wechseln Weil Ja Kolasinac ist eigentlich nicht so mein Fall Weil der gefällt mir nicht Der ist mir ein bisschen zu langsam Und rechts Pereira Und dann können wir glaube ich In der nächsten Folge Loslegen Allerdings müssen wir hier mal den Sturm auswechseln Die sind alle platt Das heißt wir müssen Oh Trockmars verletzt Okay Gut Voller ist auch eigentlich platt Ja gut Müssen wir mit einem Spiel Ja der ist nicht so fit Egal Nächste Folge Freunde Sehen wir uns Und machen das nächste Spiel Bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020